ja das hat auch den Fingern zentral wenn man so muss ich mich immer ein bisschen drum kümmern ja wo ist das jetzt kass war ja not kaps war der kaps für kreis das war nicht löhne zentral fahrzeug auswählen ja autosave kaps höhe zentral kreis löhne oberkaps feier da müssen wir auch noch nichts gemacht haben das war klar ich würde mich gerne mal interessieren wo das ding rumfährt dieser wagen stockach nord da auch nichts kommt weg da noch ein stück ziehen hier so stockach süd fahrzeugersatz ja ersatzfahrzeug nicht festgelegt jetzt aber stockach zentral da müssen wir glaube ich haben ja das wäre so und dann müsste es jetzt erstmal alles gewesen sein jetzt so und jetzt bauen wir noch eine linie eine linie eine linie kaps feier norde macht so ein mega minus und stockach süd eigentlich auch großnauendorf macht minus und belge auch schlecht schlecht muss ich sagen neue linie hinzufügen hier nach da nach da so schicke ich jetzt erstmal drei fahrzeuge auf die strecke linie 1 das ist stockach stockach nach sagen wir die musik ist aber auch ein bisschen nervig aber nur so ein bisschen großnauendorf eh mein arm juckt großnauendorf boah ich habe mich wieder über stocker verschrieben ist mir jetzt egal nein ist jetzt nicht egal also irgendwie macht die musik ein leicht aggressiv groß wie ist das ding jetzt groß aus augendorf wir starten aber 1 wieder züge kaufen preußisch mein gott 1 2 3 die zu Teilwagen passend elf Passagiere sein 8 Passagiere dann das zählt 3 4 6 anfang auf dem Ding 3 3 4 5 6 3 4 5 so so Zug elf Zug zwölf Zug dreizehn Linie zuweisen Stockach Groß Aundorf dann darf der Zug jetzt erstmal losfahren aber als erstes muss erwarten bis der Zug da durch ist so das nervt jetzt mit der Musik Kling 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 422.000 Euro 422.000 Euro haben wir es hier halt mal ein bisschen voller auf der Fahrt so der fährt schon los das ist schön hat er am wenigsten Passagier an Bord 0 super Kling 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 huch huch was sind das da oben so unscharf wir warten mal bis der Zug ungefähr hier ist wenn er da rauskommt schicken wir den zweiten los lalala stimmt ich wollte ja ein paar Fragen beantworten ich sehe dass der Zug da kommt ich gehe trotzdem mal aufs Instagram mhm so wo waren wir denn stehen geblieben weißt du wer ich bin da waren wir glaube ich stehen geblieben so Stocker großen Auen der kann wahrscheinlich nicht doch fällt gleich raus das ist gut gut getroffen muss ich sagen der da drüben ist jetzt noch gar nicht da dann musst du ganz kurz stehen bleiben hat nur Passagiere an Bord will wohl keiner hin nach da drüben da stehen zwei Passagiere so weiter geht's hab ich zwar jetzt wahrscheinlich den anderen Verkehr auch noch angehalten nein fährt alles da ja ja der gibt don сколько der Kollege enormously magst du Fußball was eine frage ich bin ein Junge natürlich mag ich Fußball ähm ja wenn welchen Verein eintrag Frankfurt wie parts munudge sonstig von halfen also einmal ist einfach einmal frankfurt normalerweise das wo Wo man drauf stehen sollte Und welchen Fußballer magst du am meisten Also ich denke mal Wenn ich sage ich bin Frankfurt Fan Dann muss ich wohl sagen Dass ich Alexander Mayer Fan bin Ja Der kann ganz gut spielen muss man sagen Deswegen ist er ja auch letztes Jahr Torstützungkönig geworden Sonst ja Hätte er das ja nicht geschafft Schicken wir ihn jetzt raus Schicken wir ihn jetzt raus Ja er darf rausfahren Das haben wir nämlich da unten den Zug Der ein Problem hat Kling kling Steigt irgendwer ein Steigt gar keiner ein Das ist wieder Super So der fährt jetzt bis dahin Und darf stehen bleiben Tut 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 So gehst du noch zur Schule Ja noch ein Jahr Höchstwahrscheinlich hoffentlich Und dann habe ich mein Fachabi In der Tasche So hast du eine Freundin Habe ich Im vorletzten Spiel schon gesagt Gebe ich einfach mal Keinen Kommentar zu ab Und Wenn ja Kannst du mal mit ihr Zusammen Let's Plays Zocken in einem Video Ich denke mal Wenn ich eine Habe Oder hätte Was keiner weiß Hm Ich glaube Ne Ich glaube das will sie nicht Oder wollen sie nicht Hatschi Hatschi Boah Das ist aber ganz schön Stark hier Fährt der Zug durch Oder hält er an Fährt durch Super Ja Ist du gerade Nein Ich Let's play hier gerade Also Ja Wie geht's Mir geht's Ja Abgesehen davon Dass ich relativ müde bin Aber Mir geht's Gut Da ich Irrte irgendwie Bock hatte Ein bisschen Aufzunehmen Auch wenn es noch Vor meiner Nordseefahrt ist Aber ich denke Wenn das Video rauskommt Ist es danach Also Ja Daran scheitert es schon mal Nicht Sitzt da denn wer Drinnen Ein einziger Passagier Boah ist das viel Hier will keiner fahren Habe ich das Gefühl Absolut gar keiner Eine Millionen Minus Das wird sich aber hoffentlich Nochmal ändern Leute Dafür machen die Plus Ja Plus ist was anderes Okay Jetzt Los Oh yeah Ein neues Fahrzeug DMG Cancel LKW Mein Gott So Weißt du Wie groß Ich bin Kann ich dir Nicht sagen Weil ich kein Foto Von dir finde 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 Hast du halt ja kein Foto Deswegen kann ich dir das nicht sagen Ich schätze mal Sandra E3M Dass du 1 70 1 65 1 70 Keine Ahnung Wo wohnst du Tja In Hessen So weit So gut Magst du Bratwurst Ja Evi Ach die Eva halt Klar mag ich Bratwurst Ich bin Deutsche Und Deutsche mögen Bratwurst Was auch sonst Warum beantwortest du die Fragen Nicht alle Darauf habe ich geantwortet Bist du ein Junge Ne Also Jetzt muss ich ganz kurz was raushauen Ich bin Leider Ein Junge Ja Nein Spaß Ich bin ein Junge Und bin auch froh drüber Weil Keine Ahnung Junge Sein ist einfach cool Keine Ahnung Achso DRG Mir dann Bescheid Ja Was Ja ich sag dir Bescheid Ist halt in allen möglichen Folgen Komm mal was raus So ist das eben Stehen bleiben Sehr unpassend getimed Muss ich sagen Wie viel hat er da 18 Okay es wird mehr Es wird mehr Es wird mehr Der hat 8 Hier drüben stehen schon wieder 20 an 21 Okay sie haben gemerkt Es gibt eine Bahn Sie müssen nicht laufen Dann nehmen sie das natürlich an Wir sind trotzdem noch auf 1.000.000 minus Welcher Zug ist schneller Der da oben Und der hier Der ist natürlich schneller Keine Frage Ist halt ein sehr voller Bahnhof Muss man schon sagen Guck Jetzt fährt der ein Aber dafür Zug 6 hat die Lebensdauer erreicht Und sollte ersetzt werden Ich kümmere mich mal drum Wer ist denn Zug 6 Das ist wahrscheinlich hier Da Unser Hiltonfing Heilblech Fahrzeugersatz Fahrzeug wählen Wir setzen hier mal die Dinger rein Hinzufügen Und dann noch 1 2 3 4 5 Ja Ja Wer weiß ob sich das jetzt tauscht Oder ob das überhaupt bei der Fahrt ist Vielleicht ist es ja auch bei Stockach Großen Auen Karls Höhe Kann es aber auch sein Fahrzeug 6 Fahrzeug 6 Zug 5 Zug 6 Ja Okay dann Fahrzeugersatz Fahrzeug wählen Zufügen 1 2 3 4 5 Ja Fahrzeuge wählen Ja Und Stockach Großen Auen Die brauchen Moment nichts 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 9 10